ja hier ist schon das versprochene video zu den wimpern beziehungsweise zu meinen extensions ich habe euch ja gefragt ob euch ein video dazu interessieren würde bei instagram und so und ja und auf meinem blog und ja ihr habt gesagt es wird euch interessieren und ja deswegen möchte ich euch heute ein bisschen was darüber erzählen also es ist so ich habe diese extensions jetzt seit ca zwei jahren sogar ein bisschen länger ich glaube es sind sogar schon zweieinhalb jahre seitdem ich die habe und ja ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr missen aber dazu komme ich auch gleich also zu den vorteilen was solche extensions haben ich komme einfach mal ein bisschen näher damit ihr die auch sehen könnt also die sind jetzt nicht getuscht also ich rede jetzt aber immer nur von den oberen also die unteren sind ganz normal meine echten wimpern und die oben sind eben extensions ich werde euch aber danach auch noch mal bilder einblenden also hier könnt ihr es auch sehen wenn ich so zur seite gehe dann hat man hier quasi diesen mega augenaufschlag also ich fange mal an ich habe ja so ein paar fragen mitgenommen vom blog was ihr mir so gestellt habt und ja also erstens der preis ich denke mal ist es von kosmetikerin zu kosmetikerin unterschiedlich was die so verlangen meine kosmetikerin verlangt dafür also es gibt einen neumach preis und es ist auch immer abhängig davon was für wimpern man wählt also nicht ob man dicke oder dünne wählt und lange oder kurze also das ist egal sondern das ist mir irgendwas runtergefallen aber egal sondern es kommt darauf an was für ein material man quasi verwendet dass es gibt synthetik wimpern die ich jetzt habe dann gibt es so ein bisschen feinere die nennen sich dann irgendwie nerz wimpern sind aber nicht aus echten nerz und so verschiedene eben oder seiden wimpern für welche die zum beispiel ganz ganz helle haare haben und das variiert dann so ein bisschen im preis also es gibt wie gesagt nen neumach preis und nen auffüllpreis also mein auffüllpreis ist immer sind immer 55 euro und ja also nicht erschrecken das klingt jetzt am anfang ziemlich viel im moment klar es ist auch eine stange geld aber es ist so wie wenn man quasi ins nagelstudio geht sage ich jetzt mal aber es gibt auch kosmetikerin denke ich mal in eurer stadt da kostet vielleicht 40 euro oder bei manchen vielleicht sogar 60 also es ist glaube ich sehr unterschiedlich warum habe ich eigentlich diese wimpern machen lassen also ich habe sie ich habe das bei meiner nagelstudio frau damals gesehen und die hatte einen augenaufschlag und vor allem wenn sie dann immer so runter geguckt hat und mir die nägel so gefaltet hat man immer diese schönen wimpern gesehen und wenn sie einen angeguckt hat dachte ich mir die will ich auch haben und ja es hat doch nicht lange gedauert dann bin ich dahin gerannt und habe sie machen lassen habe echt eine super super liebe kosmetikerin erwischt für diejenigen die in augsburg oder münchen wohnen ist das wahrscheinlich bestimmt eine gute adresse das ist die maden raum für schönheitspflege ich werde euch die auch unten hier in der infobox noch einblenden falls ihr interesse habt geht zu ihr sie ist wirklich super und ist hier im umkreis wirklich eine der besten ja und dann war ich eben bei ihr und gut der neue preis war ein bisschen mehr aber ich war echt so begeistert weil ich meine ich musste mich nicht mehr schminken in der früh so an den augen also ich war damals eh nicht so stark geschminkt aber nur make up und bisschen augenbrauen und fertig und noch wimperntusche und ich kann schwimmen gehen ich kann alles machen und es ist halt einfach so da geht nichts weg aber sie schauen trotzdem getuscht aus also es ist halt schon so ein vorteil also am anfang habe ich eben eher kleinere wimpern genommen also kürzere aber dann mit der zeit immer ein bisschen stärker und schwungvoller weil es einfach mir ganz gut gefällt das ist einfach so ein bisschen dieser wow effekt ist und ich finde es auch nicht so übermäßig unnatürlich aus weil man sieht es kaum dass da irgendwas drauf ist es ist nicht so wie beim beim haare über die extensions für die haare dass das dann wie so knöpfchen hat sondern das ist wirklich als wären es meine eigenen ich werde auch ziemlich oft darauf angesprochen wenn ich irgendwo bin wo sind es ihre echten wimpern und ich bin dann immer ehrlich gesagt nein sind leider auch nicht echt aber genau ja vom rhythmus her also ich muss euch da kurz was dazu erzählen weil viele denken dass die echten wimpern darunter ziemlich leiden ich weiß nicht ob meine wimpern darunter leiden ich geht es nicht davon aus aber es ist so eine echte wimper die lebt ja auch nicht für immer das ist wie so ein haar also wenn ihr euch in der früh kämpft habt ihr auch in der bürste dann die haare und so ist es bei den wimpern eine wimpern so hat es mir die maren erklärt hat eine lebzeit von vier wochen und das ist auch der auffüllrhythmus weil die unechte wimper wird ja auf die echte wimper drauf gemacht also auf jede echte wimper werden zwei oder eine extensions wimper drauf gemacht und die fliegt dann quasi wenn meine echte wimper quasi bereit ist zu sterben dann fliegt die unechte mit raus und dann entstehen natürlich nach drei vier fünf wochen lücken also es kommt halt immer darauf an manche wochen da schaut es nach vier wochen noch super aus bei mir und manchmal sieht es dann echt schon ein bisschen extrem ich spiele die ganze zeit mit dem ding hier gehe weil ich euch dazu was erzählen möchte ja nach ein paar wochen manchmal schaut es noch gut aus nach manchmal schaut es halt echt schon so ein bisschen ausgefranst aus aber es sieht trotzdem immer noch gut aus man kann dann immer nachtuschen wenn sie dann schon am ende sind und dann passt die sache auch wieder und deswegen gehe ich alle vier bis fünf wochen zum auffüllen die pflege also man muss ja eigentlich gar nicht pflegen was man halt beachten muss ist dass man nicht unbedingt mit so einem wattepad drüber reibt wenn man sich irgendwie die augen hier also die lieder geschminkt hat dass man da nicht so rüber geht weil sonst bleibt alles hängen und man reist vielleicht dann aus versehen irgendwie was aus weil es ist halt doch man bleibt halt vielleicht doch eher hängen und deswegen ist auch ganz wichtig dass man die jeden tag mit diesem bürstchen hier kämmt ich zeige euch das mal also ich gehe halt hier ganz normal mit so einem bürstchen und kämmen die dann wie normale haare und bringen die dann in form auch wenn die zum beispiel hier so ein bisschen runter hängen dann schiebe ich die so ein bisschen hoch und so mache ich das jeden tag zweimal damit sie sich eben nicht verknoten was aber auch echt ganz ganz selten vorkommt ich irgendwie komme ich heute überall hin ich hätte vielleicht ein bisschen besser aufräumen sollen vorher ja also es ist eben so gerade wenn man im urlaub ist oder eben zum schwimmen geht wie ich vorhin gesagt habe es halt echt ein vorteil weil ihr könnt tauchen ihr könnt schwimmen und ihr habt einfach keine verlaufende schminke dann unter dem auge ihr könnt alles ganz normal machen und schaut dann trotzdem echt noch ganz gut dabei aus weil bei mir ist es eben so ich habe sehr sehr helle wimpern und sehr kurze die man kaum sieht und wenn ich da dann so zum schwimmen gehe dann fühle ich mich irgendwie unwohl weil ich möchte einfach dass die augen so ein bisschen betont sind und das ist echt perfekt für mich und deswegen möchte ich es auch gar nicht mehr missen was ist noch mal ganz wichtig für euch zu wissen ja also wie gesagt der auffüllrhythmus eben und dass man das halt immer schön beibehält weil sonst habt ihr vielleicht irgendwie eure echten wimpern weil es ist halt so man sieht es schon wenn jetzt zum beispiel die ausfliegt und es wächst dann dieses baby nach dann seht ihr eigentlich wie kurz die echten wimpern sind also weil sie sind schon extrem viel länger so ich würde mit einer tusche nie so hinbekommen wie es jetzt habe der einzige nachteil den man vielleicht hat ist dass man eben nicht unbedingt so an den augen mehr reiben kann also wer das gern macht wer sich gern irgendwie in der früh so die augen reibt oder mal so richtig kennt ihr das manchmal mag man sich einfach so das gesicht fassen und so richtig kneten und wie so eine massage also das hier geht nicht mehr auch für allergiker ist es vielleicht nicht so geeignet weil wobei vielleicht auch doch weil dann muss man nicht immer jucken weil man soll ja nicht in die augen rein wenn man wenn sie jucken aber da ist es vielleicht ja muss man sich vielleicht überlegen ich bin allergiker also ich habe heuschnupfen und es ist jetzt auch kein problem also ich wenn ich mich juck oder wenn ich mich kratzt dann mache ich halt hier vorne und es geht dann schon ja brille und kontaktlinsen das ist auch so eine sache vorteil für kontaktlinsen perfekt geeignet passiert nichts alles super in ordnung bei der brille sieht es dann schon ein bisschen anders aus wenn ich eine brille aufsetze und die wimpern habe ich zu lang machen lassen dann stoße ich halt immer an so ist es auch ähnlich bei der sonne brille deswegen lasse ich sie nicht mehr so extrem lang machen weil das ist echt nervig wenn du ihn immer so anstoßt haben ja manche die in echt so lange wimpern haben sagen ja auch immer dann stoße ich immer so an der brille an aber dadurch dass ich eh meistens kontaktlinsen trage ist es für mich eigentlich kein richtiger nachteil oder kein großes problem und dadurch dass ich sie kürzer machen das sowieso nicht ja das war es dann eigentlich auch schon wenn euch noch irgendwas dazu interessiert also ich kann ich wie gesagt ich blende euch das hier unten mit ein dann könnt ihr da ein bisschen nachlesen auf der seite das stehen auch noch ein paar informationen dazu drin auf der seite von meiner kosmetikerin und ansonsten wenn euch etwas interessiert fragt mich einfach schreibt es unter die kommentare und hier kommen jetzt die bilder für euch danke fürs zuschauen ein